Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz ganz herzlich in unserer Welt. Ja, ich habe keine Stimme. Jedenfalls nicht so wirklich. Aber wir versuchen es trotzdem. Ja, wir versuchen es trotzdem. Ansonsten kann Sammy ja auch erzählen. Sammy ist ganz aufgeregt, denn vor einiger Zeit haben der Liebe Machtnix und ich entschieden, dass wir mal ein Tauschpaket machen müssen, denn er hat einen Kater, der Sammy heißt und ich habe einen Hund, der Sammy heißt und dann haben wir uns zu Weihnachten überlegt, kann Sammy doch für Sammy ein Tauschpaket machen? Und hier ist es. Ich bin echt gespannt, was drin ist und Sammy auch, wie ihr seht, es ist unheimlich süß. Das Paket steht schon eine kleine Weile bei mir, aber ich musste noch warten, bis mein Paket auch bei dem Lieben Machtnix ankommt und ich hatte dann auch noch eine Erkältung. Nun, jetzt kann ich wieder einigermaßen reden. Ja, und Sammy ist die ganze Zeit hier in mein YouTube-Zimmer rein und hat geschnüffelt und wollte gucken, was drin ist und jetzt ist er auch ganz aufgeregt, wie ihr seht. Du bist ja extrem aufgeregt. Was ist denn mit dir los, Ma? Bist du so aufgeregt? Na, dann kriegt er zwischenzeitlich mal was. Hier habe ich natürlich immer so eine kleine Extravurst für den kleinen Mann. Man muss den Star der Show ja immer bei Laune halten, ne? So, dann habe ich mir jetzt mal eine Schere organisiert und dann machen wir mal das sehr gut eingepackte Päckchen auf. Boah, ich bin echt gespannt, was du mir eingepackt hast. Echt Wahnsinn. Was macht der Liebe Machtnix? Er macht keine Beauty-Sachen, nein. Er macht sehr viel Pyro. Er macht oder hat zu... Wie aufgeregt er ist. Er hat zu Halloween ganz viele Halloween-Videos gemacht. Richtig cool. Möchtest du irgendwas sagen, was? So, hier haben wir das Paket von innen. Zunächst einmal. Sehr passend. Sagen wir mal, es ist ein weihnachtliches Bild. Es ist ein Böller, wie man sehen kann. Der aussieht wie eine Weihnachtskerze. Dankeschön, Lieber. Macht nix. Das ist sehr gut. Oh, ich raste aus. Wie süß ist das bitte? Wie süß ist das bitte? Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Er hat mir einfach ein Oberteil noch mit dabei gelegt, das er selbst designt hat. Oh, ist das schön. Oder, Simi? Ist das mega geil? Das ist hier mit Glitzer. Und hier ist so ein unheimlich süßer Hund drauf abgedruckt. Oh, Dankeschön. Oh, das ist geil. Ich blende euch hier jetzt mal eine Sequenz ein, wo ich das anhabe. Dann seht ihr das auch. Mega geil. Oh, ich freue mich so. Dankeschön. Richtig geil. Also, mein Lieber, ich bin voll mit Glitzer. Und mein Hund auch. Ja, aber es sitzt ganz gut. Es passt. Und ich finde es echt schön. Es ist lang genug. Auch die Ärmel. Das ist gar nicht so einfach. Und ja, cool. Gefällt mir. Dankeschön. Und natürlich auch mit seinem Logo. Boah, ist das geil. Wir haben hier einen Nikolausstiefel mit Leckerlis. Mit Weihnachtsleckerlis. Mega geil. Simi, davon kriegst du jetzt einen. Welchen möchtest du? Boah, ist der hübsch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wo gibt es sowas? Das will man gar nicht aufmachen, weil das so hübsch ist. Maus, ist das wo was für dich? Oh, der riecht auch ganz interessant. So sieht der aus. Süß. Willst du den haben? Ich bin jetzt noch mallüX. Wo ist das? Gut. So, dann gucken wir mal weiter, was da noch in der Box drin ist, ne Maus? Ja, du hast da noch deinen Jan, das musst du noch aufessen. Willst du das nicht aufessen? Später doch, ne? Erstmal gucken, was es sonst noch so gibt. Als nächstes haben wir auch von diesem Doc Dizzlers. Und zwar so süße kleine Zuckerstangen für Hunde. Auch richtig geil. Die hatte ich ja auch von der, ich muss euch kurz ein bisschen drehen. Die hatte ich auch von der lieben Marina bekommen, als sie den Adventskalender mir geschickt hat. Mega cool. Das ist so halt mit Rinderhaut, ne? Richtig geil. Da war da richtig schön was dran zu können. Aber nimm Maus. Dann hatte er mir, glaube ich, Christmas-Schokolade reingepackt. Und zwar ist das Schokolade. Und ja, ich liebe Schoki, ne? Liebe Süßigkeiten. Nimm Maus, das ist für Fräuchchen. Du darfst keine Schoki. Hier hast du deinen Jan. Komm, hier, iss deinen Jan weiter. Nein, das ist das, was Fräuchchen hat, ne? Als nächstes auch richtig geil. A Week of Treats. Ja, das sieht sehr lecker aus. Das sind so einzelne Kaustückchen, die halt dann mit richtig Fleisch sind, ne? Richtig geil. Und dann steht halt wirklich, weil sieben Stück sind, hier immer hinten die Zutaten drauf. Richtig cool. Jeden Tag ein Leckerli. Wenn der Adventskalender jetzt bald vorbei ist, kann Sammy dann mal eine Woche Jan haben. Eine Jan-Woche quasi. Dann hat er, oh, das haben wir auch und das mag Sammy richtig gerne, von Purina Delibake. Diese Sternchen mit reingepackt. Die sind super, super gut. Also lecker. Sammy frisst die sehr gerne. Und von sowas bekommt er dann auch wirklich nur einen am Tag. Und meistens dann halt so zum Zu-Bett-Gehen. Dann kriegt er halt, wenn er in seinem Köpfchen ist und da feinen Platz macht, dann noch einen Jamm und dann wird geschlafen. Dann hat er mit reingepackt, oh ja, Jerkies with Beef von Skylar. Feines Dogfood. Richtig gut. Das sind halt so Streifen. Ganz ehrlich, sowas geht bei Hunden ja wirklich immer. Und ja, die kann man dann auch portionieren. Die kannst du in kleine Stückchen reißen, wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt aber kein Ganzes geben, sondern wenn du das so als Belohnung haben möchtest. Genau, das ist mit Beef. Und das hier ist mit Chicken. Ja, voll zählmäßig schon. Und der guckt mich an so. Genau. Meinst du, das wäre was für dich? Nicht, dass du da vorne noch ein angebrochenes Lebkuchenmilchen hättest, aber du hast da vorne noch ein angebrochenes Lebkuchenmilchen. Interessiert dich nicht, ne? Ja, Gott, das riecht ja noch ein bisschen. Ich kann nicht so gut riechen, also ich kann besser riechen als letztens, aber doch, das kann ich so riechen, das ist so gut. Das ist jetzt mein Kleinen. Ein Appetizer. Und eher so mehr. Möchtest du diesen Streifen? Ja? Na dann. Ja, sowas wird recht schnell vernichtet, ne? Genau. Meinst du, das ist da dein Backup, das Ding hier? Das hier? Du bist ja ein Wurm. So, und last but not least haben wir hier was richtig Süßes drin. Und zwar ist das hier ein Geschenk, aber ein quietschendes Geschenk. Und das ist, ja, ein schönes Spielzeug für Sammy, weil das mal nicht dieses klassische Rund ist, sondern halt auch wirklich so mit Ecken und Kanten. Und ich glaube, da wird er seinen Spaß dran haben. Mal gucken. Ups. Ja, das wird Sammy gleich bekommen. Und auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön an den Lieben macht nix. Also, ich denke, Sammy wird mit allem seine Freude haben. Und ja, wir sind sehr gespannt, was ihr zu dem Tauschpaket sagen werdet, was wir euch geschickt haben. Also dir und deinem Kater, Sammy. Natürlich kam ich nicht aus meiner Haut und hab das eine oder andere dann doch noch mit dabei gepackt, was, ja, meins aus meiner Welt so ist. Ja, ich hoffe, du hast da Freude dran. Vielen, vielen Dank. Richtig coole Sachen. Ich persönlich freue mich natürlich mega über das T-Shirt beziehungsweise das Long-Shirt. Sammy freut sich mega über die ganzen Leckerlis. Also, Monsieur wird irgendwann platzen, höchstwahrscheinlich. Er startet gerade übrigens die ganze Zeit auf das Quietschi. Okay, Sammy, Continuance. Wir müssen jetzt noch kurz den Abspann drehen. Ist das okay für dich? Und dann darfst du das Quietschi haben? Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von uns. Sammy hat gerade ganz andere Sorgen. Morsi, mach Sitz. So. Ja, ich weiß, aber wir müssen kurz noch ein bisschen hier... wartest du einmal kurz warten. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schaut auch auf jeden Fall bei dem lieben Machtnix vorbei. Ich blende euch hier mal das Video von ihm ein, was er gedreht hat zu dem Tauschpaket, was ich ihm geschickt habe. Hier unten blende ich euch die Playlist zu den Sammy-Videos ein und auf der Seite könnt ihr, wenn ihr möchtet, mich einmal kostenlos abonnieren. Lasst es euch einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.